Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Schön, dass Sie mit dabei sind. In dieser Woche kocht ja eine junge Köchin aus Kärnten, die für sechs Jahre lang in Amerika gekocht hat. Und zwar bei niemand geringerem als Starkoch Wolfgang Puck. Und heute feiert sie mit uns mehr oder weniger Thanksgiving. Eine amerikanische Tradition findet immer am vierten Donnerstag im November statt, also heute. Und darum gibt es heute Thanksgiving mit Turkey, aber in einer Österreich-Variante. Ich freue mich riesig, dass Sie Zeit gefunden hat. Lisa Wieland. Grüß dich, Lisa. Hallo Silvia. Servus. So, also wir haben richtig was vor. Es gibt Turkey. Na ja. Sag ein paar Kontakte dazu, wie das in Amerika funktioniert zu Thanksgiving. Was sind die Bräuche? Wie aufwendig ist das? Ja, es ist natürlich einer der wichtigsten Feiertage in Amerika, ist Thanksgiving, wo eben der ganze Truthahn oder die ganze Bute, würde man bei uns sagen, gebraten wird. Und da gibt es die klassischen Beilagen. Und zwei davon werde ich heute mit dir machen. Und zwar ist das ein Süßkartoffelgratin mit Rosinen und wie könnte es besser sein als Amerika mit Marshmallow. Oh, okay. Also eher auf die süße Art und Weise. Und dann haben wir diesen wunderschönen Krauskohl, den wir dann auch noch mit etwas Speck schön sortieren werden und als Beilage dann servieren. Mit einer amerikanischen Gravy und dem Turkey natürlich im Ganzen. Und in Amerika, das weißt du ja sicher, warst du ja auch schon dort, wird das dann eben familiengerecht richtig zelebriert und serviert und dann halt heruntergeschnitten vom Familienoberhaupt. Wir machen das heute. Du bist heute das Familienoberhaupt. Wir feiern zu zweit und mit Ihnen natürlich da draußen Thanksgiving. Die Lisa hat sich bereit erklärt und das sind jetzt gute siebeneinhalb Kilo. Was sagst du als Arzt? Ach, mindestens. Das ist ein Mädchen übrigens. Warum ist es ein Mädchen? Weil das weibliche Fleisch ist angeblich ein bisschen zarter, es ist kleiner, sind die auch. Also die weibliche Form ist Puter, männlich wäre Puter. Man kann aber auch einfach Truthahn sagen zum Männlichen oder Truthhenne. Ist alles das gleiche. In Amerika heißt es Turkey. Warum du Turkey, Turkey heißt, dazu später noch. Bitteschön. Ja, also wir machen das so, um da der Vogel, würde ich jetzt einmal sagen. Da der Vogel wirklich riesengroß ist und wir trotzdem den Salzgehalt so gleichmäßig wie möglich haben wollen, haben wir das schon gestern am Abend in einer Lake eingeweicht sozusagen. Und das ist jetzt auch richtig schön angesoffen mit dieser Salzlake. Das ist einfach 5% Salz im Wasser aufgelöst mit verschiedenen Gewürzen. Wie wir Holder, Sternanis, Lorbeerblatt und ein paar Pfefferkörner haben wir reingeben. Und jetzt füllen wir das Ganze mit unserem Wurzelgemüse. Da haben wir auch Sellerie und Karotten. Wir tun etwas Rosmarin hinein, ein bisschen Knoblauch. Ganz wichtig, Knoblauch bei mir immer. Und natürlich die Zwiebel. Da stopfen wir jetzt das Ganze rein in den Vogel. Übergießen das noch ein bisschen mit Olivenöl und dann ab ins Rohr. Und dann haben wir ja mal Zeit zum Ratschen. Also je nach Größe würde ich sagen, ca. drei Stunden. Das ist ja richtig aufwendig, dass man das alles so gut vorbereitet. Aber wenn dann die ganze Familie davon isst, dann will ich Weihnachten. Und in England haben wir das natürlich auch immer zelebriert, diesen Trutern. Nur haben wir ihn da halt für die Weihnachten gemacht. Und da war dann halt wirklich so, dass wir das mit Stuffing gefüllt haben. Also die Fülle. Und da haben sie so ähnlich wie eine Semmelknödelfülle reingefüllt in den Trutern. Aber ich persönlich mag das lieber, wenn er mit Röstgemüse gefüllt wird. Damit er ein bisschen besseren Geschmack bekommt. So, und in der Zwischenzeit hat mir die Lisa aufgetragen, dass ich da die Süßkartoffeln schäle quasi und in so dicke. Passt das für dich? Perfekt. Scheibenhoble. Das ist meine Aufgabe. Genau. Und ich stopfe den Vogel. Stopp. Das Wurzelgemüse kann man ruhig in größere Stücke schneiden. Da es sonst ja verbrennt, wenn wir es zu klein schneiden. Und es geht einfach nur darum, dass wir ein bisschen einen besseren Geschmack in die Innenhöhle des Fleisches auch bekommen. So, wie viel brauchst du von denen? Wir haben eh nicht so große Kasserole. Möchtest du mal schauen. Ich würde den einen noch fertig machen und das reicht. Kommt immer auf den Hunger drauf an. So, jetzt nehme ich etwas Olivenöl. Massiere den noch schön ein. So, langsam wird es gefährlich, deswegen nehme ich mich da jetzt langsam raus aus der Gleichung. Das haben wir, das haben wir. Oder soll ich noch einen? Nein, wir haben nicht so viel Platz. Jetzt darf ich was machen. Jetzt darfst du bitte den Vogel ins Rohr schieben. Ja. Und dann machen wir gemeinsam das Kratte. So, jetzt warte mal, bevor das Ding abfährt mehr oder weniger. Also, wir zeigen das jetzt nur mehr aus allen Perspektiven für die Mediziner unter Ihnen. Kommt da nur mal bitte die volle Pracht zur Geltung. Und jetzt mehr oder weniger drei Stunden. Genau. Ja, salzen brauchen wir ihn ja nicht mehr, weil wir ihn ja in der Salzlake bereits gehabt haben. Und durch die Gewürze, die wir da auch gehabt haben, sind ja richtig schön gewürzt, auch in der Mitte. So, top. Und jetzt. Und jetzt geht es an die Süßkartoffel. Und dafür, also in Amerika wird ja alles etwas süßer gegessen, als wie jetzt bei uns in Österreich. Dafür haben wir jetzt ein bisschen braunen Zucker. Man könnte auch Honig verwenden, also je nach Belieben. Ich mache es original mit braunen Zucker. Wir verwenden etwas Butter. Dann haben wir Sahne und Milch. Das ist die Basis von unserem Kratte. Und wir reiben uns noch ein bisschen Knoblauch rein. Hast du irgendwo die Reibe gesehen? Welche Reibe? Deine Lieblingsreibe? Meine Lieblingsreibe, ja, genau. Und ich tue währenddessen den Grünkohl da einfach so vom Stingel befreien. Ist das in Ordnung? Das ist perfekt, so, danke. Du kannst ruhig in großen Stücken lassen, weil durchs Kochen nachher geht das eh zusammen. Gut. Warst du dann auch zum Thanksgiving Feiern in Amerika vor Ort und hast mit irgendwelchen Kollegen mitgefeiert bei deren Familien? Genau, also unser Restaurant, das Bago, wo ich gearbeitet habe, das war zu Thanksgiving zu. Da hat jeder frei bekommen und das war natürlich sehr schön. Es hat nur zwei freie Tage im Jahr gegeben, wo das Restaurant zu war. Einmal war es der Super Bowl und einmal war es eben Thanksgiving. Und zu Thanksgiving sind dann aber Freiwillige gesucht worden, die eben für private Familie zu Hause, für eine sehr berühmte Familie gekocht hat. Und da habe ich mich natürlich freiwillig gemacht. Das war eine super Erfahrung für mich. Darfst du sagen, welche berühmte Familie das war? Nein, das darf ich nicht sagen. Das habe ich müssen unterschreiben. Also tatsächlich. Ja. Okay, okay. Die Lisa, die ist herumgechattert. Die hat schon für Will Smith gekocht. Für Johnny Depp hat sie gekocht. Für alle Gäste der Oscarverleihung. Wie oft hast du bei der Oscarverleihung gekocht? Sechsmal. Sechsmal. Also unsere Sahne. Die bringen wir jetzt zum Kochen in der Zwischenzeit. Reibe ich schon die Muskatnuss rein. Kartoffeln und Muskatnuss ist bei mir immer ein Muss. Es geht nicht ohne. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Egal ob Süßkartoffeln oder normale Kartoffeln. Es muss zusammen sein. Das muss einfach. Genau. Aber Silvia, erzähl einmal. Wieso Thanksgiving? Oder wieso... Wieso Turkey? Turkey. Das ist eine interessante Geschichte. Warum heißt das Turkey? Die Geschichte ist folgende. Diese Perlhuhnrasse, von der der heutige Turkey stammt, der ist von den amerikanischen Ureinwohnern eigentlich schon gezüchtet und kultiviert worden. Und dann sind die spanischen Seefahrer gekommen nach Amerika und haben diese Perlhuhnrasse über den Seeweg über Nordafrika und die Türkei nach Europa gebracht. Und die Engländer, die quasi dieses Perlhuhn dann verarbeitet haben als Truthahn, haben das Turkey genannt, weil das ja anscheinend aus der Türkei gekommen ist über den Seeweg. Und diese englischen Siedler sind dann nachher nach Amerika und haben den Turkey quasi wieder zurück ins Ursprungsland gebracht, aber mit dem kleinen Umweg über Nordafrika und die Türkei. Sehr interessant. Also eine weite Strecke auf sich genommen, der Turkey. Mehr oder weniger, um dann wieder zu Hause zu landen. Ja, es ist ja fast so wie meine Geschichte, oder? Ich war lange unterwegs und jetzt bin ich wieder daheim in Kärnten. In Kärnten. Und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ja, und ich mich erst. Ist doch schön bei uns, oder? Absolut, wunderschön. So, die Süßkartoffeln tue ich jetzt ganz kurz vorgaren in unserer Milch mit Sahne, in dem Gemisch, einmal ganz kurz aufkochen und den Rest macht dann eh das Backrohr. Aber einfach mal um vorzugaren. Magst du Süßkartoffeln? Ich liebe Süßkartoffeln, aber in der Variante habe ich sie noch nicht gehabt. Also deswegen bin ich höchst gespannt, was darf ich mit dem jetzt machen? Den werden wir jetzt in einen großen Kochtopf, den können wir schon einmal warm machen. Und dann haben wir da diese wunderschönen Speckstücke. Und zwar sind das einfach die Schwarte vom Speck, was man sonst vielleicht wegschmeißen würde, weil man sie ja nicht isst, die Schwarte. Genau diese Schwarte können wir immer aufheben und dann dazu verwenden, um die Pfanne auszureiben. Und dieses Fett, das geht dann in den Topf hinein und gibt uns ein super Aroma später für den Kale. Und lasst du diese Speckschwarte während dem Kochen drinnen und nimmst sie später raus? Genau. Also ich lasse die bis zum Schluss drinnen. So kriege ich noch ein super schönes, rauchiges Aroma. Und das riechst du ja jetzt schon richtig, wie eben dieser typische Speckgeruch. Und das heißt, könnt ihr den Kale dann auch schon reingeben? Den Kale können wir dann auch schon rein. Wir können jetzt noch ein Zehn Knoblauch dazugeben. Entweder man stupst den Knoblauch mit einer Nadel an oder so wie ich zerdrücke ihn einfach mit der Rückseite vom Messer, gebe den da dazu und danach können wir den einfach ganz kurz auskochen. Und wir brauchen da nicht viel mehr Fett oder Butter. Wir können noch ganz wenig Butterschmalz dazugeben. Aber eigentlich macht das Fett von der Speckschwarte den Rest. Das Ganze jetzt einfach etwas dahin sortieren. Dann geht der Ezzam. Entschuldigung, haben die Amerikaner so etwas wie Butterschmalz? Was nennen die? Ja, die haben auch Butterschmalz. Ganz normal, so wie wir halt auch. Also ich glaube, das ist international. Es ist einfach, dass die Molke nicht mehr drinnen ist. Und so haben wir halt den großen Vorteil, dass uns die Butter nicht verbrennt. Weil das halt einfach das reine Fett dann ist. So, die Süßkartoffel gebe ich jetzt in die kleine Form hinein. Und übergieße das dann noch mit der Sahne. So, jetzt Marshmallow. Was ist Marshmallow eigentlich? Marshmallow ist eigentlich Zucker. Ja. Ja, und das kann man ja auch selber machen mit Zuckersirup sozusagen. Habe ich schon ewig lange nicht mehr selber gemacht, ganz ehrlich. Und in Amerika ist ja das typisch. Bei jedem Lagerfeuer sind die Marshmallows dabei. Die werden dann aufgespießt und auf offener Flamme dann quasi gegart. Beziehungsweise manchmal sogar an der Kerze dann gegart. Aber heute haben sie einen ganz anderen Zweck. Und zwar werden wir mit diesem Marshmallows unser Gratteo überbacken. So, wir haben jetzt noch ein paar Rosinen. Wenn man die nicht mag, kann man sie auch gern weglassen. Aber ich finde, die gehören irgendwie dazu zum Süßkartoffelgratteo. Danach haben wir den Käse, den geriebenen. Wir bedecken das Ganze. Und wie man vielleicht aus der Käsekultur kennt, Käse und Rosinen, das ist einfach eine super Kombination. Und jetzt, und das mag vielleicht für uns komisch erscheinen, wie gesagt die Marshmallows. Das ist einfach eine Tradition, die habe ich gelernt damals, wie in Amerika war. Wie ich selber dann Thanksgiving mit meiner Mitbewohnerin dann nachgefeiert habe, sozusagen. Haben wir das dann auch so gemacht. Und das ist mir irgendwie geblieben. Und ich finde, wenn man schon andere Brauchtümer feiert, dann soll man sich richtig feiern. Und da einmal offen für was Neues sein. Das ist zwar etwas ungewöhnlich für uns in Österreich, aber warum einmal nicht? Aber interessant. Genau, und schaut schön aus. Schau mal Lisa, was hört das schön aus? Also ich würde ihn nicht mehr allzu lange garen. Ich würde ihn jetzt ausschalten, noch würzen mit Salzpfeffer und natürlich muss keine Nuss, muss ja sein. Und dann behält er da sehr schöne grüne Farbe. Schaut so appetitlich aus. Und durch diesen Schwartenspeck glänzt es auch richtig, richtig schön. Hast du es schon probiert? Ich habe es noch nicht probiert. Warte mal, kannst du mir den Pfeffer geben? Den haben wir da drüben versteckt. Natürlich. Darf ich? Ja, bitte. Die Amerikaner, die sind ja ganz narrisch nach diesem Kale, gell? Ja, Kale überall. Warum sind die so narrisch auf das? Ja, ich glaube, das hat auch was mit diesen Green Smoothies zu tun, die in der Früh dann immer getrunken werden. Was natürlich auch sehr gesund ist, grünes Gemüse und ja, warum genau, weiß ich auch nicht, aber ich mag auch ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann darf ich mal probieren. Du, auf wie viel Grad hast du jetzt die Kartoffeln reingeben? Bei 200 Grad Heißluft haben wir es reingeben. Wie lange? Ja, es kommt halt immer darauf an, wie dick, aber da würde ich sagen 15 Minuten bis 20 Minuten. Schmeckt der? Darf ich mal probieren? Ja, sehr gut. Sehr gut. Was fehlt uns noch? Gar nichts. Und aufgrund dieses Specks schmeckt er nicht einmal gesund, das ist ja das Beste. Ja, das ist herrlich. So, jetzt müssen wir noch die Gravy machen, Silvia. Was ist Gravy? Gravy, das ist unsere Soße. Das typische aus dem Amerikanischen, da wird alles mit Gravy gegessen. Bei uns würde man sagen, eine Einbrennsoße. Und zwar haben wir ja diesen Juice, den natürlichen Saft, der aus dem Totharn dann austritt. Durch das Braten im Rohr. Diesen Juice oder diesen natürlichen Saft, das Saftl, werden wir auffangen. Wir machen dann eine Einbrenn. Das heißt, entweder mit Öl und Mehl oder ich mache es lieber mit Butter und Mehl. Also eigentlich eine Einmach. Und ich lösche das Ganze dann mit Weißwein ab. Dann kriege ich ein bisschen Säure. Und danach gebe ich eben meinen Saft dazu, meinen Natursaftl. Und mache eine schöne Soße daraus. So, der Topf wird mir wahrscheinlich zu klein werden. Ich mache vielleicht doch ein bisschen mehr. Ja, genau. Ich sehe es schon. Wir mögen es. Und jetzt jede Menge Butter. Butter, Butter, Butter. Genau. Etwas Mehl. Das Schöne daran ist, man muss sich jetzt nicht das amerikanische Vorbild nehmen, sondern man kann seinen Truthahn, seine Butter einfach österreichisch inspirieren. Und da sind auch nicht mehr so lange Transportwege wie damals bei den spanischen Seefahrern oder den englischen Siedlern, sondern die Butter gibt es halt für uns direkt vor der Haustür mit bester österreichischer Qualität, mit dem AMA-Güttesegel. Und da kann dann jede Familie ihre eigene Truthahn-Rezepte kreieren. Und wir sind immer gespannt, was Sie aus unseren Rezepten machen. Und vielleicht schicken Sie uns das ein oder andere Butter- oder Truthahn-Rezept von Ihnen zu Hause. Wir würden uns sehr freuen auf den sozialen Medien. So, ich habe da jetzt eine schöne Einmach eigentlich gemacht, aber ich habe die trotzdem etwas rösten lassen. Warum? Damit einfach die Butter braun wird. Und dann gibt es immer dieses nussige, schöne Aroma, das wir Köche ja so lieben. Wenn ich etwas mit Weißwein ablösche, bitte immer darauf achten, dass man den Weißwein zuerst total reduzieren lässt, damit der Alkohol verkocht und auch die Säure etwas weg gibt. Ja, und jetzt verwende ich eben diesen Bratensaft und gieße das Ganze auf. Und das ist die ganze Kunst am Machen einer guten Gravy. Das ist großartig. Dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen einkochen. Können das dann noch abschmecken. Wenn du magst, können wir gerne noch etwas frischen Rosmarin hineingeben. Alle, das machen wir doch, den haben wir ja. Soll ich dir den hacken? Ja, einfach ein bisschen abzupfen, ein paar Nadeln. Nadeln reichen schon. Also, ich koste das gleich einmal. Und bitte. Rosmarin. Und da braucht man gar nichts mehr nachwürzen. Die schmeckt schon so intensiv. Das sind einfach die natürlichen Säfte, die von der Bude austreten. Die da wieder eingefangen und eine schöne Soße daraus gebunden. Herrlich. Und jetzt warten wir einfach, dass alles auf dem Punkt fertig ist. Und dann wird serviert. Wir werden tranchieren. Und wir genießen einfach gemeinsam mit Ihnen zu Hause ein tolles Essen. Bis gleich. Und jetzt das große Finale von Lisa Willand. Wir haben eine Butter gemacht. Wir haben Kartoffelkrotten gemacht mit Marshmallow. Kale, also Grünkohl. Grünkohl, genau. Gravy, deine dickere Soße. Und jetzt schauen wir, dass alles funktioniert hat, oder? Ja, ich hol die. Schauen wir mal. Ich fülle das um. Du bist die Puttenverantwortliche. Ich bin die Puttenverantwortliche, oder? Absolut, oder? Na bitte. Dann schauen wir mal. Ah, herrlich. Schaut euch das an, Silvia. Ei, 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 ei. Das hat mein richtiges Fernweh wieder. Uh, danke schön. Das geht schon. Schaut mal da, wie das dampft. Na bitte, schaut euch das mal an. Von allen Seiten. Hallo, hallo. Aber jetzt bin ich neugierig auf die Marshmallow, so die Süßkartoffel. Ja, das hat richtig schön funktioniert und gratiniert. Perfekt. Dann die Soße gieße ich noch um, oder? Ja, lassen wir sie noch einmal ganz kurz aufkochen. Aufkochen. Dann trage ich aber den Grünkohl schon rüber. Ich werde auch die Dekorieren und den Vogel noch ein bisschen ausdekorieren. Dekorieren den Vogel. Achtung. Na ja, das Auge isst immer mit, oder? Absolut. Und wenn wir schon so einen schönen Grünkohl da haben, dann sollte man ihn auch verwenden. Wir haben übrigens alle Rezepte von der Lisa für Sie zusammengefasst auf extra.orf.at. Dann bei uns auch auf der Website im ORF-Dealetext, auf der Seite 356, sind immer alle Rezepte drinnen und in der ORF-Nachlese auch noch. Na, das auch noch. Super. Aber das ist ja das Foto wird das, gell? Bitte. Das klappt uns ja keiner, dass man den Essen auch noch kommt und auch noch gut schmeckt. Der schaut wirklich schnell aus. So, das fülle ich dir um. So, was geschicktes? Baby. So, sind wir bereit? Ja. Nach innen, bitte. Ich habe uns nur einen Wein. Du hast ihn ausgesucht. Ich hole. Jetzt setz dich mal hin, entspann dich. Der Wein kommt, du musst nicht drangieren. Ach so. Das ist nur das Einzige. Darf ich schon anfangen? Ja. Na dann? Happy Thanksgiving, Silvia. Happy Thanksgiving. Ja, da bin ich gespannt. Also, ich habe uns da einen schönen Chardonnay, einen kräftigen Weißwein ausgesucht, aus dem Burgenland. Der passt da gut dazu und der schmeckt dir. Ach so, der sieht so toll abgelöst da. Ist leicht gegangen? Natürlich, wenn er richtig gegart ist, geht das ganz einfach. Und glärend ist halt glärend. Und glärend ist glärend, natürlich. So, wie groß ist der Hunger? Groß. Groß, groß. Ich gebe uns da schon ein bisschen Kale auf den Teller. Ja, passt das? Für mich auch bitte ein bisschen. Ja, Chef. Danke. Es hat total Spaß gemacht mit dir. Ja, mit dir auch, Silvia. Danke. Gott sei Dank haben wir dich zurück aus Amerika. Jetzt bleibst du aber da, gell? Jetzt bleib ich einmal da. So, so schnell wird man mich nicht mehr los. Perfekt. Zwei Stück. Dankeschön. Darf ich dir ein bisschen Soße auch drüber geben? Unbedingt. Gravy. Gravy, gravy. Für mich darf es das Rundstück sein, mit extra viel knuspriger Haut. Bist du so eine? Und ist gerade da mit Marshmallow? Natürlich. Gehört doch dazu, oder? So? Ja, gerne. Schau dir das an. Rosinen, Marshmallow, brauner Zucker, alles mit dabei. Das ist ein Wahnsinn. Und falls Sie wissen wollen, was bei uns Backstage alles passiert, hinter den Kulissen, dann folgen Sie uns auf Instagram unter atsilvierkocht oder atsilvierkocht.org auf Facebook. Prost. Prost. Auf dich. So, Mahlzeit. Der Wein schmeckt hervorragend. Passt sicher super zur Butter. Schau, die zerfällt ja schon fast, die Butter. Das ist ja was Feines. Ja, und trotzdem nicht trocken, das ist ja das Wichtigste. Nein, gut. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen ein bisschen einen Appetit gemacht haben. Aufs... Das letzte Wort der Woche hast du, bevor das Team das Set stürmt. Ja, danke, es war eine aufregende Woche mit dir. Hat mich sehr gefreut, wieder mal neue Erfahrungen vor der Kamera zu erleben. Und ja, es war spannend, lustig und ich hoffe, es hat in jedem getaucht. Es hat bestimmt an jedem getaucht. Ich stoße an mit dir. Prost. Prost, meine Liebe. Und jetzt... Ihnen zu Hause auch Prost. Und jetzt kommt das ganze Team. Ich weiß ja, wie es sind. Wir haben da einen Brot, was soll der Stolz und einen Wein gibt es auch. Also bitte, Jungs, kommt's. Traut sich zu, wie soll ich euch jeden, was bevor haben. Darf ich euch einschenken? So, wo sind denn alle? Das sind doch nicht alle Kinder. Schau her, da hast du. Dann, Silvia, kommt's.